Hallo AV-Obs, herzlich willkommen aus der Talk-Ecke unseres Noppenstein-Studios. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Oliver. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir euch heute aus dem... Bajoranischen Sektor. ...ein paar Sets mitgebracht. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn dieses Jahr ist das 30-jährige Jubiläum der Deutschland-Premiere der Serie Star Trek Deep Space Nine. Und um die geht's heute. Und da haben wir gedacht, setzen wir uns mal zusammen und reden halt mal so ein bisschen und gucken mal... Einfach über die Serie. Wir haben es ja beide gesehen. Ich hätte jetzt die Deutschland-Premiere nicht im Auge gehabt, muss ich sagen. Ja. Dass das 30 Jahre schon wieder her ist, weil irgendwann erinnert man sich zurück und denkt so, ah, die Serie war doch gut. Und dann guckt man auf die Jahreszahl und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich alt. Ja, dir sieht man es an. Mir jetzt nicht so. Lass den Bart länger wachsen, dann hast du genau so lange graue Streifen wie ich. Ich wollte es gerade sagen, ich werde auch langsam... Ja, aber wir beide sind ja quasi damit aufgewachsen. Wir sind aufgewachsen damit, ja. Wir sind in etwa gleich alt. Und ich habe es damals tatsächlich im Fernsehen gesehen. Und dachte am Anfang so, was ist denn das? Und hin und her. Ja gut, man hat ja vorher eigentlich schon Next Generation geguckt. Und Deep Space Nine war dann ja die Fortsetzung. Es beginnt ja auch damit, dass... Genau. Ich meine, 30 Jahre, wir spoilern ja garantiert nichts. Nee, nee, der Zug ist abgefahren. Beginnt ja auch damit, dass Cisco die Station übernimmt. Und in der Pilotfolge ist ja auch Captain Picard und die Enterprise vor Ort. Gibt es ein bisschen Beef zwischen den beiden, weil Picard ja bei der Schlacht von Wolf 359... Seine Frau getötet hat. ...und quasi mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass die Jennifer ums Leben kommt. Die Frau von Ben und Mutter von Jake. Und ja, deshalb ist da so ein bisschen... Ich sag mal so, da knistert es ein wenig in der ersten Folge. Aber ich finde vor allem schön, wie sie die Serien zusammen gemacht haben. Ich meine, klar, die wollten die Erfolgswelle reiten von Next Generation... ...und quasi dem Publikum weiter Input geben. Aber dass das halt Next Generation quasi den Staffelstab an Deep Space Nine abgibt... ...und später ja Voyager auch bei Deep Space Nine quasi startet. Ja, das ist, dass die quasi dort losfliegen. Das ist ziemlich schön. Das ist auch der Grund, warum wir gedacht haben, wir nehmen diesen Marquis Raider mit dazu. Das ist ein besonderer Marquis Raider. Denn das ist der Marquis Raider mit dem quasi... Also das ist der Grund, warum die Voyager in den Delta-Quadranten gezogen wird. Denn das ist das Schiff, mit dem Tuvuk und Chakoti quasi abhauen. Und deshalb haben wir es hier stehen, weil die starten nämlich auch dann außerdem... Marquis ist auch ein Thema in Deep Space Nine. Es gibt ja hinterher eine ganze Nebenreihe, wo Cisco sich mit diesem Sicherheitschef... Du kannst den Namen wahrscheinlich wieder auswendig, ich kriege den nicht auf die Reihe. Der Odo. Nee, nicht mit Odo, mit dem Sicherheitschef der Föderation, der ja dann sich hinterher herausstellt als einer der großen Führer von Marquis. Ich sehe ihn vor mir, ich sehe ihn vor mir, ich fand ihn sehr, also es war ziemlich niederträchtig. Er wird eingeführt in dem Moment, wo die Define vorgestellt wird. Ja, und das ist auch eine der... Also diese Quest-Reihe, diese Plot-Reihe mehr oder weniger, das ist so ziemlich das einzige Mal, wo Cisco quasi aus der Fassung gerät. Ja, wo er hinterher badass quasi den ganzen Planeten vergiftet eigentlich. Richtig, weil er halt ihm immer einen Schritt voraus ist und Cisco, das bringt ihn zum Kochen, er kriegt ihn nicht zu fassen. Und dieser Vertrauensbruch, den er begangen hat, weil er ja quasi sein Sicherheitschef war und ihn dann so hintergangen hat, das ist das, was Cisco Fuchs ohne Ende... Er hat das immer so gesehen, dass er das auch quasi fokussiert hat. Er hat das ja immer irgendwelche alten, aus irgendeinem alten Roman quasi zitiert, wo es auch um Jagd zwischen Gut und Böse ging und hat sich eher auf der Seite des Guten gesehen und Cisco als die personifizierte Böse. Und er musste ja das dann so drehen, dass dieser Sicherheitschef sich für seine Marquis quasi opfert und sich übergibt. Und ja, aber das ist halt einfach nicht so. Ich weiß, was du meinst, worauf du anspielst. Es fällt mir aber auch gerade der Name nicht ein, aber das ist ja nicht so. Also ich bin da ganz im Team Cisco. Für mich war klar, wer hier der Böse ist. Obgleich die Motive nachvollziehbar sind, nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie... Um ihn zu kriegen, musste er dann den Bösen nehmen für den Moment. Hat ja dann auch funktioniert am Ende. Und hat halt einen Planeten für mehrere Jahrzehnte bewohnbar gemacht. Ja, es gibt ja genug, kann man ja machen. Also von daher... Also eigentlich gibt es ja nicht genug bewohnbare Planeten. Ja, in Star Trek schon. In Star Trek schon. Da gibt es ganz viele. Ja, das war eine schöne Sache. Was ich auch... Also was eigentlich, kann man sagen, so mehr oder weniger den Rest... Also ab der zweiten Hälfte kann man eigentlich sagen, der ganzen Serie das Thema dominiert, ist ja der Dominion-Krieg. Nachdem sie das Dominion dann irgendwann treffen. Ja, am Anfang ist das Dominion ja nicht wirklich ein Wechselsystem. Genau, am Anfang gibt es das Dominion nicht. Da haben sie es hier mit den Klingonen. Die haben wir da hinten auch... Mit den Klingonen, mit den Kartazianern. Ja, und mit den Kartazianern sowieso. Das ist ja durchgehend ein Thema. Gul Dukat ist ja quasi bis ans Ende präsent. Und wirkt auf seine ihm ganz eigene Art und Weise. Der Schauspieler von Gul Dukat spielt aber auch in Next Generation einen anderen Kartazianer, ne? In einer Next Generation-Folge kommt er nämlich auch vor. Und da hat er so einen komischen Bärtchen zusätzlich noch. Da wird er aber halt nicht Gul Dukat genannt oder überhaupt nicht Dukat. Er spielt einen... Gul ist ja eh... Gul ist ja nur ein Rangabzeichen. Es gibt Gul, es gibt Gleen und es gibt Legaten. Und was gibt es noch? Keine Ahnung. Also Gul, das ist nur ein Rangabzeichen, aber das wisst ihr eh. Aber dass Dukat nochmal als andere Kartazianer... Der Schauspieler hat vorher schon Kartazianer gespielt. Später haben wir nie wieder auf diese Elektropeitschen eingegangen. Und vor allen Dingen, warum die auch da sowieso Affen irgendwie hoch... Mir fahrt sich in eine Serie. Vielleicht wird es irgendwo in irgendwelchen Romanen. Es gibt ja sehr viele Star Trek-Romane auch zusätzlich. Die neben Handlungen von... Man sieht viele, man sieht viele von den Darstellern in Wiederkehrenden Rollen. Zum Beispiel die Ehefrau von Worf, also die Mutter seines Sohnes Alexander, die spielt ja seine Klingonen. Und sie spielt auch noch einmal eine Vulkanierin. Okay. Ja, sie spielt eine vulkanische Wissenschaftsoffizierin, die dann immer so... Aufgrund des Make-ups als Klingonen fällt das aber, glaube ich, weniger auf. Also die sind alle eigentlich in... Die haben quasi sämtliche Darsteller in allen Serien immer mal wieder vor die Kaube. Es gibt ja auch eine Folge, oder es zog sich, glaube ich, über mehrere Folgen, wo Cisco am Ende quasi so ein bisschen abdreht und immer wieder so zwischen Realitäten wechselt. Ja, das ist gar nicht mal am Ende, das ist relativ mittendrin sogar. Wo er dann in Amerika der 19. Jahrhundert, also ich glaube Anfang 19. Jahrhundert, einen schwarzen Schriftsteller spielt, der über eine Novelle schreibt, über eine Raumstation und über einen schwarzen Käpt'n, wo das ist eine eigene Geschichte. Das so mitten in der Zeit der Apartheid quasi, wo es dann ein Schwarzer hat, so eine Geschichte nicht zu schreiben. Und da sind ja auch die Schauspieler von Odo und Quark. Richtig, die sind alle, ohne Make-up, auch cool Dukat ohne Make-up. Die sind alle drin, sind alle drin. Dukat ist einer von, zusammen auch mit Veyoun, das ist quasi der, das sind so die zwei Gangster mehr oder weniger, die da draußen dann auf der Straße rumlaufen mit ihren Trenchcoats und den Fedoras. Da ist Veyoun und Dukat, also die sind alle, die haben sie alle ungeschminkt gezeigt, das fand ich auch super, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Wobei ich, am Ende ist es ja gar nicht so klar, was jetzt Realität war. Ist es jetzt Realität? Hat er sich das, Benni heißt er, hat er sich das nur ausgedacht, der Benni, der Schriftsteller oder ist es wirklich so und er hat hier nur, du kannst ja auch noch in eine andere Stufe gehen und es kommt ja auch später raus, dass er ja irgendwie sowieso mit dem Propheten noch verwandt ist oder so und vielleicht war das ja auch eins seiner früheren Leben oder so. Könnte sein. Also wie gesagt, ich bin, ich bin ja der Meinung, dass, also so habe ich es zumindest aufgefasst, dass es eben tatsächlich die, dass die Deep Space Nine Story die Realität ist und dass das andere quasi der Traum war, weil er hat ja vorher die ganze Serie durch natürliches Deep Space Nine die Realität. Ja, er hat ja auch, er hat ja auch solche andere, solche Träume zum Beispiel, wo er die, die, die alte Stadt Beihala oder so findet, wo er diesen Obelisken gefunden hat und sitzt. Ist das nicht irgendwas im Gehirnanomalie, die sie mit der ausprobieren oder so? Nein, 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 der sitzt dann, der sitzt dann in dem Holodeck, er mietet sich quasi in den Holodeck ein, Quark findet das auch total ätzend, weil er die Holosuite belegt und hat da diesen, diesen Obelisken, von dem er eigentlich nur eine Seite kennt und schafft es dann irgendwie über Spiegelungen auf einem Bild, auch die Rückseite zu sehen und da sind Symbole drauf und findet dann BH da. Das ist quasi so wie CSI, wo sie in der Spiegelung einer Schraube das Gesicht des Verbrechers erkennen, das technisch gar nicht möglich ist. Doch, 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 das ist, also, das geht sowas von. Ja, also, es gibt, es gibt viele, viele denkwürdige Folgen in Deep Space Nine, in allen Serien, aber in Deep Space Nine fand ich es halt, das war die erste Serie, die ich geguckt habe. Die erste? Also, die hast du mit Next Generation angefangen? Nein, 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 als Kind, ich habe als Kind mit Toss angefangen, Captain Kirk, also das war Anfang der 80er, das war ein großes Thema da immer noch, obwohl die Serie da ja schon ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt auf dem Buckel hatte. Hauptsache mit zerrissener Uniform und dem Mädel im Arm vom Planeten zurückkehren. Richtig, genau, das war, und dann kam dann irgendwann Next Generation, da konnte ich aber gar nichts mit anfangen, am Anfang, das war mir, das fand ich irgendwie doof. Ich glaube, am Anfang haben sie auch noch viel rum experimentiert. Ah, das war lame. Ein richtiger roter Faden hat sie ja erst hinterher auch da durchgezogen. Da war ich dann so 12, 13 irgendwann und irgendwann danach kam dann DS9 und da habe ich das am Anfang geguckt und dachte so, das ist ja irgendwie, die sind ja nur auf der Raumstation, das ist ja doof. Die können ja nirgendwo hin, aber mit den Runabouts und mit der Defined hinterher sind sie ja trotzdem rumgeflogen. Aber genau das war ja das Coole, dass es halt eben nur auf der Station war, dass das alles sich auf diesem einen Ding, das war alles ein bisschen familiärer irgendwie, ich weiß auch nicht, obwohl es ist im Endeffekt dasselbe, ob es ein Raumschiff ist oder eine Station, macht keinen Unterschied. Na gut, fliegen kann sie ja eigentlich auch trotzdem. Die kann fliegen. Die ändert ja auch die Position, sie ist ja vorher im Arbeiten von Bajor und wo das Wurmloch entdeckt wird, wird sie dann ja auf Befehl von Major Kira dahin verfrachtet. Und da zerreißt es die Station schon fast, noch bevor die Serie gestartet hat, zerreißt es die Station. Wo einen auserst sagt, dass die Station irgendwie zwei Wochen darüber braucht und sie sagt, ist mir egal, ich will in zwei Tagen da sein, machen sie was. Strukturelles Integritätsfeld am Maximum, also das sieht man auch, ich sehe es noch, wie dieses elliptische Ding dann so und dann machen sie irgendwas und auf einmal macht es dann und dann geht es. Also das, ich fand auch Teroknoa, nein, Empoknoa. Achso, die, wo sie in die Vergangenheit zurückgreifen. Nein, nein, nein. Oder die zweite Station, die sie dann immer im anderen Winkel zeigen. Die dann, die immer im anderen Winkel gezeigt werden. Ich glaube, da ist auch ein Pylon abgebrochen. Das kann sein, die ist ja auch aufgegriffen worden. Richtig, das fand ich aber, die Empoknoa-Folgen fand ich ziemlich cool. Es geht ja erst damit los, dass sie da hingeschickt werden und dann finden sie da irgendwie zwei oder drei oder ist es nur eine? Ich weiß nicht, die finden ein paar. Das sind Kardashianer, die im Tiefschlaf waren, die zurückgelassen wurden. Die aber irgendeinem Virus ausgesetzt waren, damit sie zu irgendwelchen Killerbestien werden. Ja, die hatten es halt übel drauf und die machen auch einige von den Starfleet-Leuten platt. Garak wird auch infiziert. Garak, ja, Garak wird auch infiziert. Garak, da könnte man ja auch schon, da könnte man auch Bände reden. Also Garak ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Der Schneider. Das tapfere Schneiderlein, der ja völlig unschuldig ist. Genau, die Spionage-Geschichten mit Gott, dem Doktor. Und am Ende stellt sich, genau, der immer gedacht hat, so, ach ja, der nimmt mich jetzt nur auf den Arm und das stimmt ja gar nicht, der macht ja nur so. Und tatsächlich ist es ja so, das kommt ja dann auch später raus, dass er ja auch der Sohn ist. Von dem Leiter, der das Geheimnis ist. Genau, vom Chef des obsidianischen Ordens. Ja, und die haben es ja, irgendwie haben die immer so ein distanziertes Verhältnis und tun auch, reden auch gar nicht so miteinander. Und in einer Folge nennt er, sagt er dann Vater und bla bla bla. Und da merkst du dann, oh, ah, das ist also tatsächlich, er ist quasi, wenn du es so willst, kann man sagen, die obsidianische Orden ist ja, die stehen ja über allem, die ziehen ja im Hintergrund die Fäden. Und er ist der Sohn des Chefs. Also war er praktisch die Nummer zwei. Na gut, das ist ein typischer Geheimdienst. Er wird ins Leben gerufen, um den Staat irgendwie zu schützen. Und dann weiß der Staat hinterher nicht, was der Geheimdienst tut. Genau, und die haben die Strippen gezogen. Und deshalb ist ja auch Gull, Dukat und Garak, die sind sich ja gar nicht so wohlgesonnen. Und der ist ja auch, verbleibt ja auf der Station, weil er ins Exil geschickt wird. Der darf ja eigentlich gar nicht nach, das ja zurück. Nö, weil der Dukat und er, die haben eine etwas bewegtere Vergangenheit, weil halt eben der Garak die Nummer zwei quasi ist. Ja, aber hinterher beschützen beide, Garak beschützt ja die Tochter von Dukat. Sial, ja. Mich ja am Ende nicht von Erfolg gegründet, aber ja. Ja gut, aber war es nicht, ich weiß gar nicht mehr, war es Gull Dukat? Nein, es war Dama. Es war Dama, der Günstling von Dukat, sein Helfer, der war... Der hinterher seine Stelle einnimmt. Richtig, der wird ja dann auch Legat. Und er tötet Sial aus Enttäuschung darüber, dass der Dukat praktisch seine Meinung geändert hat. Und das fand ich sehr schade. Also Sial mochte ich, das fand ich sehr traurig. Und naja, eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn Dama dafür dann die gerechte Strafe erfahren hätte, aber das bleibt ihm ja quasi erspart. Im Gegenteil, am Ende arbeitet er... Überlebt alles. Ja, er überlebt alles. Das Ende ist sowieso, das ist auch so ein bisschen polarisierend von dir, ist ein Einfändisch. Also ich weiß, dass das am Ende das... In den Feuerhöhlen. Der Sohn von Sisko bleibt auf der Station zurück auf jeden Fall. Weil das ist irgendwie eine der ganz letzten Szenen, wo er mit Kira am Fenster steht und die Kamera rausfährt. Ja, da gibt es das eine... Aber ich weiß gar nicht mehr, was mit Sisko passiert, wo er hingeht. Naja, Sisko zusammen, die gehen in die Feuerhöhlen. Er und Dukat sind in den Feuerhöhlen und kämpfen dort. Weil, also eigentlich ist es so, dass Kai Winn und Dukat zusammen in den Feuerhöhlen sind, weil sie da irgendeinen Pargeist Ritus durchführen wollen. Also der Dukat hat ja Kai Winn manipuliert. Er hatte sich ja bei Kai Winn eingeschmeichelt, weil er sich als Bajorana ausgegeben hat. Als Anjol, ja, und in Menschengestalt quasi dann sie manipuliert hat, dass sie dort ihren Ritus durchführt, um irgendwie die Pargeister zu befreien. Und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung, was sie da wollen. Also Apokalypse halt. Und dem kommt dann der Sisko quasi, der kommt dann da mit dazu. Und dann kämpfen die. Und in diesen Feuerhöhlen brennt schon quasi dieses Feuer. Und währenddem die da kämpfen, stürzen sie dann in dieses Feuer hinein. Und ja, es ist ein bisschen komisch. Als hätten sie vielleicht gedacht, wir machen irgendwann nochmal weiter oder wie? Nee, er kehrt dann, er stürzt in die Flammen. Und mehr oder weniger kehrt er dann quasi zu den Wurmlochwesen, mehr oder weniger zurück zu den Propheten. Dukat ist tot. Und ich meine sogar, in einer der letzten Szenen, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich meine, in einer der letzten Szenen ist es sogar so, dass Sisko nochmal erscheint, um sich von Jake zu verabschieden. Ich glaube ja, die erscheint dann nochmal in seinem Quartier und verabschiedet sich dann nochmal und dann ist es vorbei. Das kann aber sein. Die letzte Szene war, wo Kira und er am Fenster stehen, also Raison und dann fährt die Kamera raus, zeigt nochmal die Station im Ganzen und dann ist es abspannend. Verwechsel ich das vielleicht mit einer anderen Folge, das ist eine der abgefahrensten Folgen. Das ist ein Gummiband, wo er einen Unfall hat und immer wieder zu seinem Sohn zurückgezogen wird über die Zeiten. Richtig, ganz genau, wo du dann siehst, wie Jake immer älter wird und immer älter wird und schreibt dann dieses Buch, für das er ja dann später auch berühmt ist, dieses Anseln-Buch. Ja, aber dann hört er aber auch auf und kümmert sich erst darum, dass er irgendwie den Unfall des Vaters rekonstruiert und er studiert ja die Fikter. Aber er schafft das nicht, er schafft das nicht und dann sitzt er irgendwann, alt und gebrechlich sitzt er in seinem Haus irgendwo im Wald. Selber schon Großvater. Genau, so fängt ja die Serie an, also die Folge. Wo diese jungen Mädels, die will auch eine Schriftstellerin werden. Genau, und sie redet dann mit ihm über dieses Dings und er sagt dann so alle, keine Ahnung, 15 Jahre oder irgendwie, keine Ahnung, wie das Intervall ist, kommt er halt wieder für ein paar Minuten und weiß halt gar nicht, wo er ist. Ich glaube, die Intervalle werden immer länger. Oder so, ja. Und irgendwann wäre er dann nicht mehr da und er muss es durchschneiden, wenn er nah an ihm dran ist. Und das ist eine bitterböse Folge eigentlich, die ist wirklich, also finde ich, wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, wie schlimm das eigentlich ist. Ja gut, aber er hatte ja recht, er erscheint wieder in der Vergangenheit und hat so sein ganzes Leben mit seinem Sohn noch zusammen vor sich. Genau, als wäre es nie passiert. Aber für den Jake... Für den Jake ist es ja nie passiert, der weiß es ja nicht. Ja, aber doch, eigentlich schon. Es ist ja, das ist ja wieder dieses Paradoxon. Ist es jetzt passiert oder ist es nicht passiert? Weil der alte Jake, der dann quasi gesorgt hat dafür, dass es nicht passiert ist, der hat es ja erlebt. Zeitreißung, machen immer einen Knoten rein. Aber hat er dann quasi seinen Zeitstrang eliminiert, dadurch, dass er das Band gelöst hat. Und ich glaube, das heißt sogar das Band, die Episode. Das kann sein. Dass er dann quasi... Also das ist wirklich, das ist mit einer meiner Lieblingsfolgen, weil die halt wirklich todtraurig ist, finde ich. Ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie die Lieblingsfolge war. Ich habe gestern im Bett Abend noch gelegen und meinte, morgen das Video und was ist denn die Lieblingsfolge? Was ist denn meine Lieblingsfolge? Ja, die ist ganz vorne mit dabei auf jeden Fall. Ganz viele gute Folgen. Es gibt ja auch die Folge, wo die Feind abstürzt auf diesem einen Planeten. Ja. Und also durch so eine temporäre Barriere fliegt und nicht mehr zurück kann. Und dann haben sie es schon versucht, weil sie auf dem Planeten ja ihre Nachkommen finden, die ja bei dem Versuch zu entkommen auf dem Planeten abgestürzt sind. Richtig, das ist doch das, wo sie ihn in diese Kiste reinspannen. Wo Odo in der Kiste reinspannen. Nein, nicht Odo. Das ist schon wieder eine andere Folge. Ach, das ist schon wieder eine andere? Ich meine die Folge, wo dann halt die Feind ist abgestürzt und kommt dann nicht mehr weg. Deswegen haben die dann angefangen eine Siedlung zu bauen und haben ganz viele Nachkommen untereinander. und Kira ist beim Absturz gestorben. Stimmt. Und der Odo kann aufgrund dieses Feldes um den Planeten keine Form annehmen. Deswegen ist ja die ganze Folge flüssig. Aber es gibt den Odo, der quasi mit abgestürzt ist. Der hat in der Zwischenzeit gemeistert, seine Form zu halten. Und er verliebt sich dann in die Kira, die... Nein, der hat ja sowieso Kira schon immer geliebt. Aber am Ende erzählt er Kira, dass er halt immer in sie verliebt war. Und darum kriegt der flüssige Odo, den sie dann wieder mit nach Hause nehmen, schafft es dann, ihr Herz zu gewinnen und daran kommen sie zusammen. Ja, und vor allem sorgt der gealterte Odo quasi dafür, dass das mit der... Die Feind hat dann geplant, auch abzustürzen, damit die über 300 Leute da unten nicht aufhören zu existieren. Und der gealterte Odo ändert das dann, den Plan, ohne dass die anderen das alle wissen, dass der Feind doch durch die temporäre Barriere kommt und die Siedlung um den Planeten verschwindet. Und niemals gegeben hat. Genau. Aber Kira weiß dann, dass Odo in ihnen verliebt ist Ach ja, die Feind, da ist sie. Unsere kleine, die Feind. Ein süßes, kleines Schiff. Ein tapferes, kleines Schiff. Das haben wir aber auch noch größer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da hinten haben wir es nochmal ganz groß. Und wir haben es kleiner. Wir haben es noch kleiner und wir haben es auch noch... Das ist das Einzige, das wir in vier Größen haben. Ich glaube... Na, bin mir gar nicht sicher. Weil durch den... Ich meine, das ist klar bei der Deep Space Nine dabei. Im Adventskalender ist es genauso. Im Adventskalender auch. Wir haben im Adventskalender aber auch mehrere kleine Schiffe. Aber wir haben eine... Aber wir haben keins... Oh doch. Wir haben eine Display-D, wir haben eine Mid-Size-D, wir haben eine Mini-D und wir haben die D auch... Mikro-D, okay. Ich nehme alles zurück. Also es ist nicht das Einzige Schiff. Ich nehme alles zurück. Wir haben mehrere. Wir haben auch... Haben wir den auch in ganz klein? Ich meine schon. Oder war es der? Ich weiß es gar nicht. Also es ist... In dem Adventskalender ist kein... Kein Gemma-Darschiff. Die Galor-Klasse, die ist im Adventskalender. Wir haben kein Gemma-Darschiff im Adventskalender. Bird of Prey. Das bringt mich auf Idee. Eine Galor-Klasse und Ferengi-Schiff. Den Marauder. Ja. Den Decorrer Marauder. Die sind in dem Adventskalender auf jeden Fall. Die waren in dem Adventskalender drin, weil es ist ja aus Verkauf gewesen. Die große ist natürlich jetzt... Die wäre für einen Adventskalender... Gut, da müssten wir dann über mehrere Jahre Adventskalender machen und dann würde man die auch unterbringen. Also meinst du, jedes Mal baut man ein Stück und nach zwölf Jahren hat man dann den Ring fertig. Richtig, das wäre so ein Ding. Ja, die große... Das hat sowas von diesen Zeitschriften, wo man ein Modell zusammenbaut und immer wieder so ein Stückchen kriegt. Und die ersten 20 kosten 5 Euro und danach geht der Preis rapide hoch. Am Anfang kriegst du so ein Lockmittel mehr oder weniger und dann wird es immer weniger, was du kriegst. Und irgendwann kriegst du dann ein Schräubchen oder so. Keine Ahnung. Ja, das... Jetzt, wo ich es so sehe, das bringt mich ja auch zum weiteren Thema. Wir haben ja jetzt hier ganz viele Deep Space Nine-Modelle auch auf dem Tisch stehen und die sind nicht alle aus derselben Welle. Im Gegenteil sind alles unterschiedliche Wellen wahrscheinlich. Und... Ja, die sind ja erst zum Schluss gekommen. Die sind erst zum Schluss gekommen. Die sind noch relativ... Der da ist noch relativ neu. Ich glaube, der kam eins vorher, dann kam er hier. Und... Ja, die Deep Space Nine, da haben wir sehr viel Herzblut reingesteckt, aber muss man leider sagen, ist ja nicht das beliebteste Set gewesen. Was heißt beliebt? Also es ist ja wahrscheinlich eine Preisfrage und es ist eine Platzfrage. Es ist eine Preisfrage. Ich glaube, es ist mehr eine Platz- als eine Preisfrage. Es ist vom Platz her ist es natürlich eher ein spezielles Set. Das Ding hat, ich glaube, über 60 Zentimeter oder knappe 60 Zentimeter. Den Platz hat nicht jeder. Das macht, schränkt schon mal, sage ich mal, die mögliche Käuferschaft etwas ein. Und der Preis war, ist natürlich auch, es ist halt ein großes Model. Hätte sie vielleicht ein bisschen kleiner designen müssen, ob man dann den Undock-Wing so komplett hingekriegt hätte. Und das ist der Punkt. Und man die Details an der Ops noch gesehen hätte. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Gut, man muss ehrlich sein. Man kann ja darüber sprechen. Man muss ehrlich sein. Dieses Set ist vielleicht nicht nur unbedingt so gut angekommen, wie wir es uns gehofft hätten, sondern das Set hat auch ein paar Probleme, muss man ganz klar sagen, die eben, ja, ich sag mal, baubedingt sind. Und das haben wir auch in anderen Videos immer mal schon angesprochen gehabt. Man muss halt immer abwägen, willst du jetzt das Set ultra stabil machen, dafür sieht es aber überhaupt nicht so aus, wie es aussehen könnte, sollte oder müsste. Müsste, müsste, weil sonst ja möglichst nah an der Vorlage sein. Oder willst du jetzt ein Set machen, das halt richtig Bomber an die Vorlage rankommt und super gut aussieht und es dafür halt eben nicht so gut hält. Oder was heißt nicht so gut hält, kann man eigentlich nicht sagen. Das schwierig zu bauen ist mit Bautechniken, jenseits von Gut und Böse. Wenn du es hier einmal zusammen hast. Wenn du es zusammen hast, ja. Also es ist schon, man muss schon sagen, es ist bei dem Set wirklich schwierig gewesen. Ich habe zweimal das Ding gebaut, ich habe zwei Prototypen gebaut und der Jo sagt das immer so schön, die Bauerfahrung. Also man kann ja ein Set bauen, das am Ende super schön ist und total geil aussieht und beim Bauen hast du halt überhaupt keinen Spaß und bist froh, wenn du endlich fertig bist. Marco wird jetzt wieder sagen, es ist repetitiv. Also du baust ja dreimal die gleichen Pylonen, du baust dreimal den gleichen Außenringen. Und nicht nur das, du baust erst die untere Hälfte, dann baust du das mittlere Ding, dann baust du das obere, das machst du dann gleich dreimal. Und es ist wirklich, also bei dem Set, ich habe es mehrmals gebaut. Ich fand es, es hat mir dann am Ende auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja, das kommt halt dazu. Und eine andere Sache ist es halt, dass wir bei dem Set wirklich arg mit der Stabilität zukämpfen haben. Also wir hatten den Prototyp, bis wir das stabil bekommen haben. Deshalb haben wir auch hier innen diese Verstärkungen und so weiter. Wenn es denn dann gebaut ist, ist es schön, aber der Weg dahin ist beschwerlich, sage ich mal. Und könnte aber auch einen stolz machen, dass man es geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein super Set. Viele von euch haben auch gefragt, kann man das Ding aufhängen? Ich würde es mir gerne ins Wohnzimmer hängen oder sonst irgendwo. Da haben wir immer gesagt, ja, das könnt ihr gerne machen, aber bitte ohne Gewehr. Du hast hier innen diese Technik entwickelt. Richtig, genau. Wenn du dann Garn durchziehst, dieses Anglergarn oder so, richtig stabil. Ja, aber wenn wir jetzt den Leuten sagen, na klar, könnt ihr es aufhören und uns fällt jemand auf den Kopf. Oder immer auf eigene Verantwortung. Eben, deshalb. Also wir haben ganz klar gesagt, die Möglichkeit, das aufzuhängen, ist eventuell oder beziehungsweise am ehesten gegeben, wenn du das genauso machst, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben natürlich nicht dazu geraten. Wer das machen möchte, kann das natürlich auf eigene Gefahr hin gerne tun. Aber darfst du natürlich nicht empfehlen. Am Ende passiert irgendwas. Ja, also es soll aber Leute geben, die das schon getan haben. Die das gemacht haben, ja. Und baust du es noch ein bisschen um? Irgendwie einen Lampensockel in die Mitte rein? Einen Lampensockel, ja. Also dann hast du eine Deckenlampe. Kann man einiges machen. Es ist ein schönes Modell. Wie gesagt, wir haben da auch sehr viel Herzblut reingesteckt. Und es war uns auch wichtig, das zu bringen, weil wir haben eben zu jeder Serie quasi, das ist das Hauptschiff, in Anführungszeichen, obwohl es kein Schiff ist, zu DS9. Ja, die ganze Serie dreht sich um dieses Schiff. Wir haben alle großen Display-Modelle, das sind eben quasi die Hauptschiffe aus den, also wie haben wir sie genannt, die Heldenschiffe. Heldenschiffe? Es gibt kein Display-Modell von, doch, wir haben ein Display-Modell von Bird of Prey. Wir haben ein Display-Modell, ja gut, aber das ist, ja, im weitesten Sinne, wer ist denn mal mit Bird of Prey geflogen? Riker, aber das war in einer Folge. Riker ist in Bird of Prey. Das war in einer von Ben, Cisco auch, aber das ist nur eine Folge gewesen. Na gut, und Kirk. Man kann ja groß Bounty draufschreiben. Ja, aber im Endeffekt wäre es ja quasi die 1701, die Enterprise, also die NX01, die D, die E und die auch nur aus dem Film, wenn du es so willst, also sie ist schon mal eigentlich weg und Deep Space Nine. Und alles andere ist nur schmückendes Beiwerk, wenn man es mal so will. Und deshalb war es uns halt wichtig, dass wir die auch gemacht haben und sie ist auch wirklich gut geworden. Ja, vielleicht hätten wir sie wirklich etwas kleiner machen müssen. Dann wäre sie preislich auch angenehmer gewesen. Vielleicht ist es der Preis, wir wissen es nicht. Tja, vielleicht kommen wir euch ja einfach ein bisschen entgegen und sagen, machen wir es halt mal günstiger. Keine Ahnung, was weiß ich, 20% oder so. 30 Jahre, 30%. 30 Jahre, 30%. Deal. Kann man machen. Machen wir doch, oder? Also, Deep Space Nine, die Große, würde ich sagen, machen wir mal 30%. Und wenn irgendjemand fragt, wer es verzappt hat? Ich könnte es auf uns schieben. Also, ich würde sagen, dann ist es dann schon durchaus ein, also, da müsste man sich dann schon mal überlegen, ob man jetzt sagt, okay, ich mache mir doch ein bisschen mehr Platz. Das ist, das Ding hat wie viel, ich glaube, 2800 Teile oder was, war mal das größte Set. Meine ich jedenfalls. Marco war ja immer im Liebäugeln an, da sind so ganz viele verschiedene Slopes und da kann man so viele schöne Burgen mitbauen und er würde es nur für die Teile kaufen. Ja, das ist wieder der Marco, weißt du, der Marco kauft sich hier das geile DS9-Set. und baut Ritterburgen draus, das ist ja Marco halt. Aber es sind Klemmersteine, du kannst alles damit bauen, was du möchtest. Das ist natürlich, ja, also, vielleicht führt sie das ja zu dem Ruhm, den sie verdient. Wie gesagt, wir sind alle davon überzeugt, dass das ein schönes Modell ist und das hätten wir es ja nicht gemacht. Ihr wisst ja, wir stehen da mit ganzem Herzen und, wie sagt man, in Brunst, in Brunst stehen wir hinter dem, was wir entwickeln, auch hier. Und, ja, vielleicht, ja, vielleicht bringt dir das ja den, wie sagt man, den zweiten Frühling, nee, wie sagt man, wie nennt man das? Doch, ich glaube, zweiter Frühling. Zweiter Frühling, ja, der zweite Frühling, keine Ahnung, 30% machen wir. Die Deep Space Nine, machen wir, kriegen wir schon hin. Es ist ein schönes Set, also trotz aller Widrigkeiten, die wir da haben mit der Konstruktion, mit den Ball Joints und mit dem, es ist halt auch schwierig, dass, viele haben ja gesagt, das hängt halt durch hier an der Stelle. Ja, das tut's. Wenn man aber schlau ist und nimmt diesen ganzen Kranz und stellt ihn nicht, und ich glaube, so ist es in der Anleitung dargestellt, und das ist leider ein Fehler, den wir gemacht haben, du montierst das Ding und stellst es da drauf und machst es dann auf dem Ständer, glaube ich, fertig. Okay, aber wenn die Piloten nicht dran sind, kannst du es auf dem Tisch machen, oder? Ja, ganz genau, und das ist es nämlich, und so habe ich es nämlich gemacht, ich habe das Ding komplett auf dem Tisch montiert und platt gedrückt und gemacht und getan, und dann war das Kerzengerade und dann habe ich es draufgesetzt und habe nur die Piloten dran gesteckt und dann steht das Ding eigentlich. Also das ist, ich weiß es nicht, ob es die ist, wir haben mehrere hinten und bei einer ist es so, da hat, ich weiß nicht, wer es gebaut hat, da sind die Dinger hier Kraut und Rüben und im Nachhinein das abzumontieren und gerade zu machen, ist ein Graus, aber wenn man es einmal platt gedrückt hat und hat es gerade und stellt es hin und dann ist es... Bisschen Flex ist hier dran, die Kamera wird ja schon gut. Ja, die Kamera wird es nicht anfangen, die Film von Schrecken oben drauf. Aber es hängt nur durch. Es hängt nicht durch. Das Ding ist stabil, vor allen Dingen auch diese Pylone, gut, hier oben muss man ein bisschen aufpassen, wenn du da dran rummachst, hast du es halt trotzdem in der Hand, aber die Pylone, die stecken auf so langen Achsen. Aber du hattest ja auch gesagt, das Spagat zwischen Stabilität und Design. Richtig, ja. Und es ist uns gut gelungen, also man kann alles erkennen, es ist alles da und es ist nichts übelproportioniert oder sonst irgendwas, also die Proportionen, die Verhältnisse, Größenverhältnisse stimmen. Ich finde sogar den Stand irgendwie cool, weiß auch nicht, also macht eigentlich auch irgendwas her. Ich finde, es ist ein schönes Modell und vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen attraktiver, müssen wir mal gucken. Also kann man mal machen. 30 Jahre, 30 Prozent, passt. Ich glaube, jetzt haben wir lang genug gebabbelt, oder? Jetzt haben wir 31 Minuten schon gebabbelt und wir könnten wahrscheinlich noch Stunden länger über jede Folge von Deep Space Nine unsere kleinen Ameikdoten erzählen. Schreibt auch in die Kommentare rein, was eure Lieblingsfolge bei Deep Space Nine ist. Ja, zum Beispiel, Folge, Lieblingscharacter, was euch, vielleicht aber auch Lieblingsserie, vielleicht sagt ihr, Deep Space Nine fand ich langweilig. Schreibt es gerne in die Kommentare. Weiter in die Kommentare, ob euch überhaupt dieses Format gefällt. Ja, ob das etwas ist, was man vielleicht weiterführen sollte. Vielleicht machen wir ja jetzt noch das ein oder andere Video hier, weil ich finde es ganz lässig eigentlich, mal hier so zu sitzen. Ich finde das auch ganz angenehmer als hinter dem Tisch. Vielleicht stellen wir nächstes Mal das Modell einfach hier in die Mitte und reden. Ja, das kann man doch auch machen. Also wie gesagt, schreibt uns, ob euch das gefällt. Und damit ihr es nicht verpasst, wenn es denn damit weitergeht, abonniert und auch die Glocke nicht vergessen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und in diesem Sinne, noch ein Stein, da kann man die genug haben. Demnächst gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.